Ja, auch für ein berufliches Problem kannst du einen Life-Coach brauchen, weil meistens, wenn du Ärger im Beruf hast, wirkt sich das auf dein Privatleben aus, beziehungsweise wenn du nicht glücklich bist, kriegt es dein ganzes Umfeld mit. Und ja, auch da kann ich unterstützen und mal schauen, was wir dann gemeinsam für Wege für dich finden. sondern einfach auch das, was wirregender. Vier wo bei dem dann 20.76 genau starten Sie zuschauen? скор Про fl mover vom Men you